Musik Passt aber nicht. Und jetzt ist die Gelegenheit da. Sanzo geht in der Mitte mit Und jetzt Und jetzt machen wir ein Jawohl Ein Schulter, Borussia Warnburg Aschraf, Hakimi bringt den BV mit Borella Borella wurde gerade klickt da von Acerik Hier ist Alexis Sanchez Und jetzt Hakimi Der Charging run Der Ball rolled across Ivan Perisic Makes it look so, so simple Who was stretching and straining And here's Brozovic Suddenly Hakimi is through With a chance to steal it For Inter Support from Lukaku Just gotta leave him up the pitch And get Martinez to come play On this right hand side Sanzo He's got it through And now Borussia Dortmund have completed the total top Und jetzt ist die Kontachance da Und das will Kölner nicht dass man so ins offene Messer rennt Reus Super gespielt Etwas in den Rücken Etwas zu langsam Und in den Rücken Ist egal Und Hakimi back He stands up Walsh Ob ihn rücken Oder zu langsam Ich legge mit ihn Auf die rechte Klebe Und haut Karim Benzema Seislea del Segundo tiempo De nuevo Karim Benzema Och Lukaku ist in der Mitte und points to where he wants it and he was in Chizu. Fahle Härte, Spiel läuft weiter, jetzt kann es schnell gehen, der ist gut gespielt und da ist er wieder, Aschraf Hakimi, Aschraf Hakimi mit der Schor zum 2-0, Aschraf Hakimi schraubt das Ding zu hier, der überraschende Mann, jetzt darf er es, glaube ich, das war. Gescheiter Ball. Und die erste Kontersituation für den BVB, Hakimi, wach. Jetzt wird das Spiel wieder super, Sanchoelster raus, Hakimi, Alcázar. Das ist der Fall. Lukaku? Lukaku, der hat Hakimi, der Schor. Lukaku ist remaining und der Ball ist in Inter's way da, und Aschraf Hakimi ist gonna test the legs of Veloso und he's got the pace to get away from him. Und Hakimi finds Lukaku und Lukaku. Und setzt Inter auf der Front-Foot mit drei Räten vorwärts, Hakimi ist einer von ihnen. Und kann er verraten? Er kann! Und die ersten Worte, die europäische Worte, die Europäische Worte, der EU-Leute, der Schor. Und die Schor. Das ist das, was Funder, der schon ganz gut ist. So, jetzt, look, das hier sind, wir uns nicht so gut, dass es nicht so gut ist. In der Mitte des Spiels, was Herrsäcker. Und es ist einiger Blumen nach dem Spiel, das ist auch schon so gut. und das ist der Bissaria und das ist der Bissaria! Und der Bissaria! Und der Bissaria! Boll! Litz, saubere Passos im Zentrum, er raus. Guerreiro mit Witzel, längst ist Hakimi. Hakimi! Hakimi! Auslatt! Aufmerksamkeit! Er kann gut herausfinden, ob er der Ballen zu scoren. Jetzt sehen wir gegen Touré. Undskyld Bologna, wo er der Ballen zu scoren. Und dann läuft er das erste Mal, er der Chance er. Achiri von Hakimi. Überzahlter auf der Seite ist Sancho. Hakimi! Hakimi! Haaland 3-0! Und er wäre plötzlich ein Jäger. Wer weiß, vielleicht tut es dieser Mannschaft noch gut. Götze mit der Pass. Hakimi reint vor. Und sie haben einen Mann über. Hakimi, der ihn nicht braucht. Er macht ihn am Ende. Und schaut, wer er ist! Es ist Jadon Sancho für Dortmund! Brotovic. Götze mit dem Punkt. Und das ist der Fall. Und der Wind ist der Fall. Und das ist der Fall. Und das ist der Fall. Und das ist der Fall. Und der Freude! Und du schütztest! 20 vorbelastete Spieler bei den Dortmundern, Mr. Zahn. Hakimi. Now Hakimi. Faking on Kai Lofi. Does so with these. Hakimi and scores a brilliant goal. Well, is this the evening where Ashraf Hakimi comes to aid? Hakimi. Blue couple. Ashraf Hakimi wрывается, штрафную, прострел, и гол! Ronaldo! Ronaldo! Und jetzt geht sie ab. Die wilde Fahrt über Hakimi. Hakimi vorbei, ein Hinteregger. Und jetzt ist noch mit Tempo. Und in der Mitte ist Hazard! Die schießen die hier in paar Sekunden. Und hier in diesem Stadion auf dem Platz. Und das dank der tollen Leistung der Börer. Und jetzt ist es ein Moment. Und jetzt ist das ein Moment, die Balle zuwärts, auch wieder ein. Das ist ein Moment, der Balle ist vorbei. Und das ist ein Moment! Was ist das? Hakimi. Now then, Hakimi up against Darbo. Sancho, der Partner auf der Seite. Hakimi! Hakimi mit Reus in Vollsprint. Sancho mit 16 Metern, Reus. Die Liga Champions. Und, of course, auf der Federal-Kanale Match-NV verletzte итогi der heutige Woche. A Dorton, in der Fall, großartig kontra-attackiert. Und wieder! Und wieder großartig macht Hakimi. Er kommt gut, weil er einen Spieler hat. Er hat einen Schachter verloren. Ich sage, Dantinio. Er hat ihn verletzelt. Er hat ihn verletzelt. Er hat ihn verletzelt. Das Schachter hat Hakimi. Schachter hat ein Schachter. Der Schachter! Er hat dich – Einen Schachter! Der Schachter. Untertitelung des ZDF, 2020